BSS – Flexibel, fortschrittlich, sinnvoll Unsere Sicherheitsplombe SACSEAL wurde für die Einsatzbereiche Transportsicherung, Logistik und Gebäudemanagement entwickelt. Eine der Hauptanforderungen bei der Entwicklung war, dass die Sicherheitsplombe einfach in der Handhabung bleibt. Als Ergebnis kann nun eine sichere und robuste Verplombung ohne zusätzliches Werkzeug stattfinden. Der Verschluss erfolgt durch einfaches Zusammendrücken. Der eingesetzte Ring besteht aus widerstandsfähigem Edelstahl. Die Kunststoffplombe ist mit einer eindeutigen Identifikationsnummer versehen. Über diese Identifikationsnummer kann zum Beispiel die Nachverfolgung von Gütern und Schlüsseln sichergestellt werden. Mit dem Einsatz der Sicherheitsplombe können somit Verantwortlichkeiten für die zu sichernden Gegenstände geschaffen werden. Nach dem Verschluss der Plombe ist eine Öffnung nur durch Zerstörung mithilfe von Werkzeugen möglich. Somit werden Missbrauch oder Manipulation an der Plombe sichtbar. Wie alle Qualitätsprodukte von BSS ist auch unsere Sicherheitsplombe SACSEAL made in Germany und unterliegt ständigen hausinternen Prüf- und Messverfahren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit einigen der größten Ausrüster in Deutschland sowie internationalen Partnern. Unsere Zertifizierungen nach den branchenüblichen Standards stehen für die Vertrauenswürdigkeit eines Partners, mit dem man gemeinsam hoch hinaus kann. Unsere effektive Sicherheitsplombe SACSEAL. Flexibel, fortschrittlich, sinnvoll. BSS – Sicherheit durch Innovation.